Das ist der Boromantruz, eine 60 Gramm, immer noch die Gries-Vocation, immer noch Laufen. Das ist der Typ, der kommt ins Restaurant, oder? Und sagt, ich schmecke am Kochlöffel. Finde draußen, wenn er kocht, und wenn ich's rausfinde, von meinem Gratis-Menü. Sagst du, was ich meine, oder? Da ist der Chef, okay, da ist der Löf, der Ander. Spaghetti Bolognese, der Anderlecht vom Marsch, Gratis-Teller. Todes Tag, tut es uns wieder hinein, oder? Ich schmecke am Löffel, bin draußen, wenn er kocht, und wenn ich's rausfinde, von meinem Gratis-Teller über. Der Chef, okay, sicher noch Glück, ich gebe dir noch mal einen. Der Ander, ich schmecke Riffpulle und Bohnen. Das ist supermacht. Noch mal ein Scheis-Teller überkommen, oder? Ja. Dritter Tag, der Chef ist draußen am Rauchen, oder? Seht sich um die Ecke, der Typ, sagt... Wenn's da innen, sagt, Maria, aus der Kellnerin. Maria. Maria. Maria, kein Kellnerin, kommt da innen, sagt, Maria, nimm den Kochlöffel und schieb dann ein paar Mal durch deine Vagina, wenn's weißt, was ich meine, oder? Was? Gina, also Maria. Maria, so Pagina, oder? Der Typ von Sine, hey, ich schmecke am Kochlöffel, bin draußen, wann er kocht, denn, wenn ich's uns jetzt für einen Gratis-Teller, oder? Und der Ander, also der Chef, okay, ich schmecke am Löffel. Warte mal, ich sag mir nicht, dass Maria das schafft.